Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge IMDb Top 250. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen Ausreißer hatten mit einem lang abwesenden Colin, sind wir hier wieder in einer bekannten Konstellation. Der Joe ist dabei. Mit einem daueranwesenden Johannes. Hi. Letztes Mal war es der nicht dabei. Das stimmt. Aber es war jetzt kein Vorwurf. Es war eigentlich ganz cool so. Ich finde, die Aufnahmen mit Colin sind immer irgendwie komplett anders wie mit euch. Und das ist sehr erfrischend und macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob das jemals veröffentlicht wurde, aber ich habe mal mit Colin irgendwie ein, zwei Folgen zu einer Back-to-the-Oscars-Reihe gemacht, bevor er dann jetzt komplett irgendwie in seinen Hiatus gegangen ist. Ich glaube, eine einzige wurde im AI veröffentlicht. Lady Bird damals. Lady Bird. Okay, wir hatten, glaube ich, noch zu ... Ach, ich weiß nicht mehr zu, was wir noch aufgenommen hatten. Aber es war sehr cool, weil ich dachte, manchmal kommt da fast ein bisschen Spannung irgendwie zwischen uns auf. Und ich so, ja, der war cool, der war cool. Oder, ja, der war scheiße, ja, der war scheiße. Also, aber, ja, gut. So hat halt alles seine eigene Qualität. Und auch diese Reihe hat scheinbar ihre eigene Qualität, indem sie mich dazu bringt, einfach drauf loszureden. Wir reden über Green Mile. Yes. Passenderweise irgendwie, weil ... Also, ich habe es in meiner Letterboxd-Review erwähnt. Vielleicht war ja dieser Film der Grund dafür, dass Tom Hanks von Corona so leicht nur getroffen wurde. Vielleicht war es ja der Schutz dieses Charakters. Des Charakters John Coffey, der über ihm geschwebt ist und ihn beschützt hat. Naja. Sure. Mit Forrest Gump und Saving Private Ryan, einer der Filme mal wieder mit Tom Hanks in der Top 50. Wenn ich wetten müsste, würde ich spontan tatsächlich sagen, dass Tom Hanks auch der am häufigsten vorkommende Schauspieler in der Top 50 ist. Puh, lass mich das nebenher mal recherchieren. Ich frage mich, ob es die Statistik gibt. Bestimmt gibt es irgendwo die Statistik. Und es könnte auch sein, dass, keine Ahnung ... Ja, nee, also ich würde ... Ich schätze mal schon. Und mit diesen Filmen auch einer der Filme, Green Mile, der Tom Hanks als irgendwie Father of America konsolidiert hat, so ein bisschen. Ich habe eine Statistik. Das war einfach. Actors having most appearances in the IMDb Top 250. Ja, okay. Also, pass auf. Tom Hanks ist nicht in den Top 8. Oh, fuck. Ja. Aber ich habe es ja auf die Top 50 bezogen, nicht auf die ganze Top 250. Gut, die Statistik habe ich nicht, aber ... Ja. Äh ... Ich schaue gerade mal, auf welchen Platz er ist. Oha. Sheesh. Das ist ja ... What? What? Das ... Ah, er ist auf Platz 20. Alter, ehrlich? Ja, über ihm sind ... Also, der Schauspieler mit den meisten Appearances in der Top 250. Hast du eine Vorstellung, wer es ist? Ähm ... Ich habe die ganze Liste nicht offen und ich werde jetzt auch nicht durchscrollen. Nee, nee, alles gut. Nur, falls du irgendeinen spontanen Tipp gehabt hast. Ähm ... Ich würde spontan sagen ... Ah, wie ... Einer von den älteren Schauspielern würde ich sagen, aber ich kann dir gerade nicht sagen, welcher. Es ist Harrison Ford. Harrison Ford? Harrison Ford hat, äh ... Acht Einträge in der Top 250. Mit den drei Star-Wars-Filmen, Blade Runner, Apocalypse Now, The Conversation und zwei Indiana Jones-Filmen. Ah, okay. Und dann kommt Robert De Niro, dann James Stewart. Den hast du eventuell gemeint. Dann Morgan Freeman, dann Alec Guinness, Brad Pitt, Michael Caine, Clint Eastwood, Elijah Wood, Charles, äh, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Al Pacino, William Holden, John Cassell, Casselli? Ja. Robert Duvall, Bruce Willis, Hugo Weaving, Max von Südow, George C. Scott und dann kommt Tom Hanks. Äh, rest in peace. Ähm ... Ja. Also Max von Südow meine ich jetzt. Yes. Äh, aber halt, also das sind viele auf einem Platz, weil halt viele fünf Filme dann haben. Tom Hanks hat fünf Filme drin und ... Okay, okay. Ein großer Teil von denen, die ich grad vorgelesen habe, haben fünf, aber ja. Ja, irgendwie so, also es sind halt einfach so diese drei Filme, die mir jetzt grad so ... Vielleicht kommen die einem auch mehr vor, weil die alle so lang sind und weil die alle so ... So, irgendwie, die fühlen sich alle an wie so, ja, das sind so die Allzeit-Filme, die irgendwie jeder mag. Mhm. Ähm ... Äh, also ich glaub, vielleicht ist auch so diese legendäre Verehrung von Tom Hanks auch nicht so sehr auf tatsächlichen Zahlen, also schon auf tatsächlichen Zahlen beruhend, aber das ist irgendwann einfach so eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Von so einer Figur, die so ähnlich wie Keanu Reeves jetzt auch nicht irgendwie ausschließlich in großartigen Filmen mitgespielt hat, aber trotzdem irgendwie verehrt wird. Ja, ja. Ist ja auch ein bisschen so Ausstrahlung und die Art von Rollen, die, die, äh, in South Korea spielt. Apropos Art von Rollen und Ausstrahlung, wusstest du, dass, ähm, äh, John Travolta eigentlich ursprünglich Paul Edgecombe spielen sollte? Wow, okay. Ja. Und Tom Hanks hätte eigentlich, äh, wurde eigentlich für Shawshank Redemption gecastet, ähm, hatte dann aber Forrest Gump gedreht. Okay. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil das quasi alles so ein, so ein Rumgetingel ist in der, in den oberen, äh, 30 hier, äh, so, ja, der hat da und das war der da und das war alles irgendwie zur selben Zeit. Ja. Interessant, weil es ja auch lauter Filme sind, die, die jetzt da alle rumhängen und das ist ja auch jetzt der zweite Frank-Darrow-Bond-Film innerhalb von 30 Filmen. Der zweite Knast-Frank-Darrow-Bond-Film innerhalb von fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Ähm, ja, äh, und wieder ein langer Film und wieder ein Mann, der zu Unrecht verurteilt wurde. Mhm. Ähm, dieses Mal geht es um, äh, also eher um die, um die Prison Guards, um die, äh, Gefängniswärter, ähm, die Beamten, wie man in Deutschland sagen würde, äh, und ihr Verhältnis zu einem, einem inhaftierten, einem riesigen, schwarzen Mann und das Ganze spielt dann auch noch in, ähm, es war nicht Alabama, es war, es war der andere. Oh, es wird gesagt, äh, einer von diesen Kack-Südstaaten da halt, ähm, also, ich mein, nee, also tatsächlich hat der Film ein sehr verklärtes Bild von diesen Südstaaten, ähm, über Rassismus hinaus, aber Tennessee. Ah, mhm. Zumindest, nee, das ist die Filming-Location. Aber ich, ich, es ist irgendwo einer von diesen, von diesen, äh, äh, Baumwoll-Farm Südstaaten auf jeden Fall mit, äh, naja, also so wie sich, wie man sich diese, diese Gefängnisfilme, so ein, so ein klassischer Gefängnisfilm einfach, ähm, spielt in den 30ern, äh, glaube ich. Ja, die Romanvorlage spielt ein bisschen früher, aber die wurde auch, äh, quasi früher geschrieben. Ähm, ähm, der Film spielt quasi, also der hat so eine, so eine umschließende Story, bei der der, äh, alt gewordene, ähm, Paul Edgecom, gespielt von Tom Hanks und als alter Mann von Daps Greer, der, äh, einer alten Frau, die er im Pflegeheim kennenlernt, mit der er irgendwie auch so eine semi-romantische Beziehung oder zumindest eine tief freundschaftliche Beziehung anfängt, ähm, äh, der, der erzählt er quasi von, von dieser Geschichte, von seiner, so ein bisschen von seinem Leben, aber vor allem von dieser Geschichte, die so im Zentrum seines Lebens zu stehen scheint. Mhm. Und die Geschichte ist, in den 30er Jahren, ähm, wird eben dieser riesige Typ, ähm, in, in die Death Row verlegt, die von Tom Hanks Charakter und einigen anderen Charakteren, äh, gemanagt wird. Und, ähm, dort stellt sich nach und nach heraus, dass der Mann zum einen in der Lage ist, Wunder zu bewirken, also, äh, quasi Wunderheilungen auszuführen und zum anderen vielleicht doch nicht so schuldig an allem ist, äh, was man ihm vorwirft. Ganz speziell dem, dem Mord an zwei Mädchen. In einem, in einem sehr, sehr unglaubwürdigen Twist, aber gut. Ja. Ja, ja, ja. Meinetwegen, ist, keine Ahnung, ist es, ich meine, ist es, also, hab ich vergessen zu sagen, ist, äh, basiert auf einem, äh, Roman von Stephen King. Ah, ja, ja, ja. Äh, was mir auch nicht klar war, als ich ihn die ersten paar Mal gesehen hab, ehrlich gesagt. Also, ich hab wahrscheinlich nicht aufgepasst bei den Credits einfach, aber das war mir bis gestern nicht klar, dass Stephen King Ach was, okay. Green Mile geschrieben hat. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, ist, äh, ich kenn ihn natürlich eher so als Horrorautor, deshalb, ähm. Ja, er ist er ja auch vorwiegend, aber er hat irgendwie so ein, so ein paar, ich meine, die haben dann auch schon oft noch so was Übernatürliches, außer jetzt so was wie Stand By Me vielleicht. Aber stimmt. Ja, okay. Ja. Und amerikanische Filmklassiker, ja. Naja, er hat schon auch so sowas, was so, so amerikaner, äh, äh, hard-edged Dramen mit einem gewissen sentimentalen Anklang, würde ich es jetzt beschreiben, ne? Ja. Ähm, hat er schon auch gemacht, aber ist jetzt nicht, wofür er bekannt ist, ja. Okay. Also, ja, ähm, scheint so, wenn er die zwei und dann, ja, bestimmt stolpern wir noch über den einen oder anderen Film, wo ich sag, ach, Stephen King hat den geschrieben. Ja, Mensch. Verrückt. Ja. Ja. Ähm, du hattest den Film bestimmt vorher schon mal gesehen, oder? Ich hatte den Film vorher schon mal gesehen. Ich hatte den, ich weiß auch, ich glaub, meine Mom hatte den auf DVD. Mhm. Ähm, das heißt, der stand bei uns im Haus rum und ich hab den als Kind slash Jugendlicher das eine oder andere Mal gesehen. Also, ich erinnere mich schon, dass ich, also, ich mochte den sehr und hab den, ja, ein paar Mal gesehen, als ich jünger war. Und seitdem nicht mehr und hab ihn jetzt eben für die Aufnahme nochmal angeschaut. Und hab noch so überlegt, ja, muss ich ihn überhaupt, ich kenn den doch so gut, soll ich ihn nochmal anschauen? Aber gut, dass ich eigentlich immer tue. Weil, äh, an ganz viele hab ich mich auch einfach nicht mehr erinnert. Wie zum Beispiel die Rahmenhandlungen, die halt, äh, hier, also, hier, hier ist sie besser als in Saving Private Ryan. In Saving Private Ryan hätte man sie komplett weglassen können. Aber hier, aber ich muss, ich muss fast lachen, weil es irgendwie so ein Trope aus den 90ern ist, irgendwie gefühlt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Diese Rahmenhandlungen mit älteren Menschen, die, äh, irgendjemand anders eine sehr, sehr lange Geschichte erzählen oder sich sehr, sehr lange an etwas erinnern. Ja, mit Irishman ist wieder zum Leben erweckt. Ha! Dieses Jahr. Stimmt, stimmt. Äh, letztes Jahr. Ähm, ja, aber genau, daran hab ich, der Film hat einfach angefangen und daran hab ich mich einfach nicht mehr erinnert. Und dann hab ich mir so gedacht, okay, ist gut, ihn nochmal gesehen zu haben und ich bin froh, ihn nochmal gesehen zu haben. Ich hab ein bisschen, glaub ich, noch ein anderes Bild jetzt, als ich damals auf ihn hatte. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich schon... äh, ausholen soll. Du darfst so weit ausholen, wie du willst. Äh, ich, ähm, bin ja dekonstruktiv unterwegs. Und die Regeln hier sind eher so fließend. Äh, sind so ein bisschen wie die Piraten, der Piratenkodex in Fluch der Karibik. Das ist mehr so, äh, eine Richtlinie. Mhm. Also, leg einfach los und laber, was das Zeug hält. Yay. Also, ich mag den Film prinzipiell sehr, er hat aber durchaus ein paar Elemente. Die mir gar nicht mal so gut gefallen, ähm, so im Nachhinein. Oder die, die im Nachhinein etwas unschön, äh, wirken, sag ich mal. Ja. So, ne? Und, ähm, deswegen ist es, es ist, habe ich jetzt nach dem Anschauen ein ziemlich komplexes Verhältnis zu dem Film. Weil eigentlich, ich mag ihn total gern. Er hat auch für mich total gut funktioniert, bis auf eine ganze Sequenz, wo ich dann noch mal später vielleicht draufkomme, ähm, aber es ist, es ist ein sehr, sehr gutes Gefängnisdrama. Es ist, ähm, also ich weiß nicht, Frank Darabont hat halt irgendwie diese zwei Filme gemacht mit Shawshank, die halt beide so einen komplett ähnlichen Ton haben, die beide ähnliche Sachen haben, die ich mag und ähnliche Sachen haben, die ich nicht mag. Und auch ähnlich aussehen. Ja, ja, genau, die haben den ähnlichen Look, ein ähnliches Feel, ähm, sind beide schmalzig, dass es kracht, ne? Also, ich hab, ich hab einen ähnlichen, also ich hab, wir haben ja bei Shawshank, also das war ja unsere erste Episode, aber wir haben ja so drüber geredet, ja, warum ist jetzt ausgerechnet dieser Film irgendwie der bestbewerteste Film auf IMDb? Und ich hab ja damals gemeint so, ja, es ist halt so ein Crowdpleaser, ne? Es ist so, der hat so das Gefühl von, von hartem Drama, das da ja drin ist, aber am Ende ist halt irgendwie alles gut und, äh, es ist so, ja, es ist halt, es ist ein schmalziger Feelgood-Film dann fast schon am Ende. Und das hat dieser Film halt auch ganz arg. Ähm, und das, ja, hat mal, glaub ich, früher besser funktioniert, als es jetzt für mich funktioniert hat, aber halt die Elemente, die, die er hat, die für mich nach wie vor sehr gut funktioniert haben, sind halt so dieser Umgang mit, okay, das sind halt lauter Insassen, die halt für die Todesstrafe vorbereitet werden und was bedeutet das, quasi in der Death Row zu sitzen, ähm, und, ähm, also, welche Szene halt unfassbar gut ist, ist halt diese manipulierte, äh, Exekution, ne? Ähm, die, die halt schief geht, oder halt nicht schief geht, sondern die halt der, der Willen des, des Films absichtlich grausamer macht. Ähm, das ist eine Szene, die, die ist für mich fast, selbst heutzutage fast schlimmer als die meisten Horrorfilme, so. Die ist, das ist schon, das ist schon next level, also, ich, das hat, Momente, da kann ich fast nicht mehr hinschauen, tatsächlich, weil es auch so, also, die fühlt sich so real an, so, und so, boah, auf einem Level grausam, das halte ich fast nicht aus, so, ne? Ja. Und ist halt so, das effektivste Statement gegen, ähm, Capital Punishment, na, wie sagt man auf Deutsch, Todesstrafe. Ja. Ähm, das ich kenne. Äh, und das, also, das ist mächtig, das ist, also, das ist irre. Ähm, und was halt natürlich für mich immer, immer mega gut funktioniert, sind Nagetiere, weil ich ein großer Nagetier-Fan bin. Großer Tier-Fan allgemein, aber ich hatte jahrelang auch Mäuse als Haustiere. Und Mr. Jingles is my, is my hero. Ähm, ja, und die Elemente, die dann halt nicht so gut für mich funktionieren, sind halt, ähm, also, A, natürlich die generelle Schmalzigkeit und, und, äh, ein bisschen romantisch verklärte Sicht auf die Südstaaten und auch vielleicht auf das Gefängnissystem, obwohl es natürlich die harten Seiten zeigt, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, es hat, es hat schon fast schon so eine romantisierende Ästhetik manchmal. Und, ähm, was natürlich jetzt heutzutage so Geschmäckle hat, ist halt so dieses, ist, dass der Film halt ganz, 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 ganz stark einen Trope bedient von dem magischen Minderheiten-Charakter, der im Film keine andere, keinen anderen Zweck erfüllt, als die weißen Charaktere zu besseren Menschen zu machen und, äh, ihnen zu dienen sozusagen, deren Geschichte zu dienen, aber selber keine wirkliche Geschichte hat, so in dem Sinn. Und ich mag Michael Clarke Duncan in der Rolle total gut, er ist wahnsinnig gut, aber das hat schon manchmal Elemente gehabt, ähm, gerade die ganze Szene, wenn er dann mitgenommen wird, um dem Chef des Gefängnisses, also der Frau vom Chef des Gefängnisses, äh, äh, sie zu heilen und der hat ja nicht mal eine Wahl, also der wird halt einfach hingeschleift und dann, mei, er ist halt dann so ein guter Mensch, dass er, dass er sie heilen will, aber der wird halt einfach unter Polizei, mit einer Polizei-Eskorte hingefahren auf eine, auf eine, auf, auf so ein klassisches Südstaaten-Plantagenhaus, ne, so ein Herrenhaus, ja, wo dann der große, böse, schwarze Mann reingebracht wird und die Frau erst mal, äh, total, äh, Angst hat, weil da ein böser, großer, schwarzer Mann in der Tür steht, aber nein, er ist halt ein guter Mensch und heilt sie und dann lernen wir alle, dass wir gar nicht so rassisten sind, und das, ja, das hat halt, ne, das hat halt ein bisschen ein besonderes Geschmäckle jetzt. Findest du, dass es, ähm, also, ist das so eine Art, ähm, äh, auch, äh, also unbewusstes vielleicht auch wiedergutmachen, so von wegen, ja, ähm, guck mal, ich, wir, wir stellen hier den, den absolut quasi antagonisierten, ähm, Charakter der amerikanischen frühen Filmgeschichte hin und, äh, vor ein Setting, in dem er quasi noch mehr, äh, also, vor dem er, vor, das quasi seine, seine, seine Geschichte ausmacht und die Versklavung seiner, seiner Eltern und Großeltern, ähm, und jetzt, äh, äh, sagen wir, der, der ist eigentlich der beste Mensch von allen hier. Ja, ja, und es ist, es ist schon so ein, so ein White-Guild-Movie, ne, so, weil halt, ähm, er selber hat nichts zu sagen in dem Film, er selber tut nichts in dem Film, außer im Kontext mit der Geschichte von den ganzen weißen Charakteren. Wobei der Film sich das auch zurechtlegt, indem er ihn halt, äh, borderline geistig behindert macht. Äh, äh, genau, und das ist ja die Entscheidung vom Film oder der Buchvorlage, das zu tun und das ist halt eine Entscheidung, ne, und, ähm, am Ende ist halt, ist es die Aufgabe von den ganzen weißen Charakteren zu sagen, ja, er war der Beste von uns, aber wir haben ihn trotzdem umgebracht, so, weißt du, so, okay, ähm, also, es ist halt, ist halt, mit einem, mit gewisser Vorsicht zu genießen oder mit, also, mit Kontext zu genießen, so, ne, weil die Geschichte an sich, ich, 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 das ist ja immer bei solchen Filmen, das ist ja, ich glaube schon, also, dass die Leute dahinter, dass es völlig aus den besten Intentionen entsteht, sowas, ähm, und halt einfach mit viel Unwissen zu tun hat, das damals geherrscht hat und das, es ist halt einfach einer in einer ganzen Reihe von Filmen, die so einem Trope und so einem Storystruktur, so einer Storystruktur verfolgen, äh, 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 Folgen, äh, à la Driving Miss Daisy und so weiter, ähm, oder die solche Charaktere haben, ähm, und gerade sowas, oder, oder sowas wie Guess Who's Coming To Dinner, ähm, und dann wird ihm auch am Ende noch ein Film gezeigt und das ist so das Schönste, was er, was er erlebt und, und das ist, da hat er noch so ein Schmeckle von Hollywood, das sich selber noch auf die, auf die, auf die Schulter klopft, so das alte, weiße Hollywood, äh, jetzt, äh, haben wir einen Film darüber gemacht, dass, äh, der schwarze Charakter ja der Beste von uns allen ist, jetzt, 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 jetzt können wir uns alle so gut fühlen, dass wir gar nicht so rassistisch sind, wie wir vielleicht sind, äh, ähm, ja, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Geschichte ja total gut, das ist halt im Kontext, ja, ja, mit, 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 mit Geschmäckle versehen, jetzt, äh, lasse ich dich aber erstmal reden, jetzt habe ich, äh, eine Viertelstunde vor mich hingeprabbelt. Die, die Meta-Kritik kann ich total verstehen und auch nachvollziehen und auch unterschreiben, ähm, was ich noch hinzufügen kann an Kritik, was mir mehr, also, das ist was, was, was unterbewusst irgendwie, das, das habe ich irgendwie hingenommen, weil ich dachte, okay, das ist ein Film seiner Zeit, so war das halt in den späten Neunzigern, äh, so haben sie da Filme gemacht und irgendwie, ich habe das akzeptiert, äh, als was es ist, ähm, was ich aber irgendwie nicht so wirklich akzeptieren konnte, äh, aus meiner Sicht jetzt war so diese, dieses Nonchalant, ähm, diese grundlegende moralische Botschaft, dass es okay ist, Leute schwer zu bestrafen, also wirklich quasi fürs Leben zu bestrafen, so von wegen Karma wird dich kriegen, ähm, für die, für die Dinge, die du getan hast, äh, und, also, das, das ist so ein bisschen Auge im Auge, was, was der Film da abzieht, irgendwie, mit, mit dem Charakter von, ähm, äh, wie heißt er noch, äh, Paul Hutchinson, nee, oder? Meinst du Percy, oder? Doug, Doug, äh, Doug Hutchinson, also Percy Wetmore, der, der, äh, der Böse, sozusagen, einer der beiden Bösen, äh, und natürlich Sam Rockwell ist auch einer der beiden Bösen, das sind so die, die antagonistischen Charaktere. Ey, ich hab nur grad überlegt, wen meinst du mit zweiten Bösen und, äh, ja, ja, klar, natürlich Sam Rockwell, aber den hab ich irgendwie so als, als, so Joker-Charakter immer im Kopf, so, als, als, äh, ja, das ist, ja, genau, das ist so, ja, das ist sehr, sehr witzig, dass du das erwähnst, da wär ich nachher auch noch ein bisschen drauf eingegangen, ähm, aber, aber, äh, dazu komm ich gleich. Erstmal, ähm, also, was quasi mit Doug Hutchinsons, äh, Charakter, Hutchissons, äh, Charakter passiert, ist so, ähm, okay, der hat was ultra Böses getan, ähm, er hat wirklich, also, äh, er hat jemanden, der zum Tode verurteilt war, ähm, äh, wirklich leiden lassen, als dieser, dieses, dieses Urteil vollstreckt wurde. Also, eine der unvorstellbarsten Arten. Ja, auf jeden Fall, ähm, absolut zu verurteilen und, ähm, gleichzeitig, äh, muss man sich aber die Frage stellen, wenn jetzt der Film die moralische Perspektive einnimmt, zu sagen, okay, jetzt verurteilen wir diesen Menschen zu einem Leben als quasi emotional, äh, zerstörter, also mehr oder weniger zum Tod, vielleicht sogar zu einer, zu einer herausgezogenen, schlimmeren Art des Todes, stellt der Film sich dann nicht eigentlich an genau dieselbe Stelle, an der die Todesstrafe auch steht? Und, nächste, nächster Punkt, ähm, es ist natürlich absolut furchtbar, was er diesen Menschen angetan hat, aber, ähm, ob man die Todesstrafe jetzt human ausführt oder nicht human ausführt, ist es immer noch eine Todesstrafe, so wie wenn man sagt, okay, ob ich die Rinder jetzt zu Tode quäle oder ihn in den Kopf schieße, das ist so ein bisschen so, ne, also, ich will jetzt hier nicht mich irgendwie auf die, auf die, äh, komplett auf die Peter-Veganer-Schiene, ähm, äh, stellen, auch wenn ich merke, dass ich ideologisch immer mehr in diese Richtung rücke, ähm, aber, aber so grundsätzlich einfach, ne, wenn der Film, sich herausnimmt, zu sagen, Todesstrafe ist furchtbar und, wobei ich an manchen Stellen nicht so richtig sicher war, ob der Film das überhaupt sagen will oder ob der Film eher so, ja, ob der Film eher so sagen will, ja, Justizirrtümer sind böse oder, ich weiß auch nicht so richtig, was, oder Rassismus ist böse, also manchmal ist die Botschaft so ein bisschen, so ein bisschen, äh, ähm, diffizil, aber, aber so, wenn man davon ausgeht, dass der Film sagt, okay, Todesstrafe ist böse und so wurde, wird der Film ja in Deutschland auch eingesetzt, wenn man ihn im Unterricht sieht, was viele Menschen tatsächlich getan haben, also im Rallye-Unterricht bei uns wurde dieser Film gezeigt. Ah, okay. In katholischer Religion, ähm, und, äh, wir haben, wir haben diesen Film angeguckt, ihn danach besprochen, drüber diskutiert, äh, und quasi das Thema war ganz klar Todesstrafe, so wie stehen wir moralisch zur Todesstrafe, so wurde der Film eingesetzt und damals habe ich natürlich nicht so weit, äh, irgendwie, äh, denken können, weil ich 16 war und andere Dinge im Kopf hatte, aber, ähm, aber jetzt habe ich mir schon die Frage gestellt, äh, ist der Film wirklich gegen Todesstrafe? Oder, ähm, ist er da nicht eigentlich ziemlich verlogen? Ja, ich bin mir nicht sicher, genau, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher auf, was der Film am Ende raus will, weil ich glaube, der Film macht das auch gar nicht so deutlich und ist da sehr... Und, ich glaube, vielleicht liegt auch darin mal ein Problem, dass ich einfach denke, das ist ein Film, der so einen, so einen moralischen Ton für mich hat, aber irgendwie gar keine richtige Moral. Nee, ich habe das Gefühl, das könnte auch der Grund sein, warum er so weit oben ist, weil er hat dadurch natürlich ein, es ist ein gefälliger Film, obwohl er sich, obwohl er extrem harte Elemente hat und drei Stunden lang ist und, ne, klar, 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 aber so im Großen und Ganzen ist es ein gefälliger Film, wo man dann am Ende sich gut fühlen kann, weil, ähm, ja, oder halt tragisch gut fühlen kann, so, ne, mit Tom Hanks das Charakter zusammen. Maness ist jetzt, der stellt, ich finde jetzt nicht unbedingt die harten Fragen, beziehungsweise die harte Frage stellt er in der Mitte des Films, als diese grausame Exekution stattfindet und dann kommt aber noch fast anderthalb Stunden Film danach, ne, wo es dann eigentlich um ganz andere Dinge geht und, ähm, da geht es dann mehr drum, dass, äh, hier, ähm, Michael Clark Duncans Charakter revealed, dass er ja gar nicht die Mädchen umgebracht hat und das war Sam Rockwells Charakter und dann werden die Bösen bestraft dafür und dann am Ende nimmt er Tom Hanks auch noch die Schuld daran, dass er ihn umbringt, ähm, und, und uns damit ja auch als Publikum, ne. Ja, ja, er ist, er ist schon so ein bisschen Jesus. Er ist total Jesus, 100 Prozent. Er ist ein, ein, ein absoluter Christus Charakter und, äh, nimmt uns quasi noch die Schuld, äh, äh, von den Schultern und das macht den Film natürlich so als, 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 äh, schon eine leichtere Kost oder halt ein schweres Thema leicht verpackt, so, ne, dass du am Ende nicht dich jetzt irgendwie schwermütig aus dem Kino schleppen musst, drüber nachdenken musst, was wurde diesem Charakter angetan. Nee, es ist okay, weil, äh, er hat eh das ganze Unrecht oder das ganze Leid dieser Welt im Kopf und, äh, will, äh, äh, na, wie sagt man, erlöst werden davon. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob mir, ob mir das nicht einfach zu einfach ist, denn so, auch dann am Ende. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Gefälligkeit sich, sich in der, in der christlichen Botschaft auch widerspiegelt. Also, klar ist es eine, eine, eine vollkommen, eine Jesusfigur, die er darstellt, aber es ist nie so richtig, so angesprochen, wenn Charaktere über Religiosität sprechen, so, um, von wegen sollen wir jetzt den Pastor holen, um mir dir zu beten, sagt er, nee, nee, sprich du lieber ein Gebet für mich und, äh, irgendwie, ne, also es ist so ein bisschen, klar wird immer wieder, ja, God save him und bla bla bla, ähm, aber, äh, es ist so, äh, es ist trotzdem so sanft, dass selbst, äh, Menschen, die jetzt irgendwie sich für, für Atheisten halten, da drin sitzen und denken, okay, ja, das ist halt irgendwie so eine Force of Nature, irgendwie so ein Wunderheiler, der halt irgendwie quasi übernatürliche Fähigkeiten hat, ich kann das so akzeptieren, so, also, wir sind, wir sind nicht in einem religiösen Film, sondern wir sind in einem, über, in einem Film mit übernatürlichen Elementen. Genau, genau. Aber die sind nicht religiös angehaucht. Er wirft es dir nicht so ins Gesicht, dass du quasi nicht umhin kannst, als ihn als religiösen Film anzusehen, sondern, 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 es ist, es ist kein Faith-Based-Film. Genau, er gibt dir, er gibt dir Spielraum, um, 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 da in deine, eine eigene Interpretation reinzubringen. Und das ist vielleicht auch ein weiterer Grund, warum der Film so erfolgreich sein konnte, weil wenn er offen, stark religiös angehaucht ist, ich glaube, das, ähm, sorgt halt auch für einen gewissen Backlash und andersrum genauso. Ja, dann, ich meine, dann fände ich ihn halt definitiv nicht mehr ansatzweise so gut. Ja, ja, eben, ich auch, äh, obwohl, ich, kommt drauf an, kommt drauf an, äh, manchmal sind die ja auch, sind die auch, äh, haben die ja auch ihren eigenen Appeal, aber eher so aus, ähm, B-Movie, äh, ja, okay, äh, über diese Sachen reden wir vielleicht irgendwann mal. Andere Geschichte? Andere Geschichte. Ähm, aber, äh, was ich noch ansprechen wollte, wo wir es von übernatürlichen Sachen haben, ich finde es spannend, dass der Charakter von, ähm, Michael Clark Duncan als Force of Nature bezeichnet wird, während der Charakter von Sam Rockwell nicht als Force of Nature oder als, also, so, 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 es ist, es ist quasi das absolute Böse, ne, und, und, äh, Michael Clark Duncan ist das absolute Gute. Mhm. Und wir haben trotzdem eine klare, ähm, ähm, eine klare Abstufung, was ist jetzt der gute Teil, also der, der Teil der Natur, die, die wir fördern sollten und was ist der Teil der Natur, die wir, die wir, ähm, wirklich quasi bestrafen, vergessen, töten sollten. Mhm. Und, ähm, da hab ich, äh, als jemand, der halt auch mit der straffälligen Hilfe zu tun hat, äh, äh, ein, ein starkes Problem damit. Weil ich denke, gerade diejenigen, die wir als absolut böse und moralisch korrumpiert ansehen, sollten doch eigentlich diejenigen sein, denen wir unsere volle Aufmerksamkeit schenken und sagen, wir versuchen so viel zu tun, damit die irgendwie, ähm, äh, äh, sagen wir mal, ja, das ist die Frage, ob die, ähm, wie man damit umgeht oder zumindest, zumindest einen Weg zu finden, wie man ihnen einen, einen Weg baut, äh, in der Gesellschaft irgendwie ihren Platz zu haben. Mhm. Und wenn dieser Platz in der Gesellschaft bedeutet, dass sie irgendwie freiwillig, äh, keine Ahnung, ewige Therapien auf sich nehmen oder sich freiwillig, äh, von Menschen distanzieren oder was auch immer. Also, es gibt ja verschiedene Wege. Ich will jetzt ja auch gar nicht irgendwie große, große Fachdiskussionen aufmachen oder so. Aber was ich sagen will, ist, dass es, dass es einfach so, ähm, so Bereiche gibt, ähm, der menschlichen, der menschlichen Natur, die wir komplett ausblenden, von der wir sagen, ja, die Leute gehören für immer weggesperrt oder getötet. Mhm. Das war's. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Leute gibt, denen wir in der heutigen Welt einfach nicht helfen können und die tatsächlich für immer weggesperrt gehören, weil sie nicht anders können, als, als, ähm, irgendwie, äh, solche Dinge zu tun. Äh, aber, aber sein Charakter hatte quasi nie irgendwie die Chance, so, so, so als Mensch dargestellt zu werden. Ähm, er ist quasi so, quasi ein Tier, er ist wirklich so, so das Raubtier schlechthin. Mhm. Und dass dem wenigstens nicht, nicht irgendwie die, die, ähm, der Anstand gemacht wird, zu sagen, hey, er ist auch ein Teil der Natur. Es ist ein furchtbarer Teil der Natur, den wir, den wir, ähm, aber nicht verhindern können, weil es passiert. Das ist irgendwie, vielleicht, vielleicht habe ich da zu hohe Ansprüche, vielleicht habe ich zu viele, zu viele, ähm, Medien konsumiert, vielleicht habe ich zu viel Ortered Carbon geguckt, ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber irgendwie, das, das war was, was mich gestört hat. Und ich weiß auch, also, als die gesagt haben, so, er, er war eine Force of Nature, dachte ich, ja, aber Sam Rockwell ja irgendwie auch. Es ist, es ist böse und es ist furchtbar, aber es ist auch ein Teil der Natur. Ja, ist lustig, weil, ähm, tatsächlich der Aspekt jetzt eher was war, wo ich dann weniger ein Problem damit hatte, weil da habe ich mir so gedacht, ja, das ist so ein Film, naja, ja, der ist jetzt zumindest 20 Jahre alt und er zeigt natürlich auch eine Zeit, in der, also er spielt in einer Zeit, in der halt einfach, ähm, so die, das, die, das Justizsystem war. Und da konnte ich dann, also, ne, da weiß ich nicht, da konnte ich dann, das, das konnte ich dann eher getrennt von einer Message, die der Film vielleicht hat oder indirekt oder unbewusst hat, betrachten. Wobei du natürlich recht hast, der Film hat natürlich eine sehr starke Auge-um-Auge-Moral. Ähm, auch indem er natürlich, ähm, also der, der Film bedient schon was Primitiveres oder sowas in, in, in uns auch, ähm, äh, indem ja dann auch hier, äh, Percy am Ende so richtig sein Fett wegkriegt. Nicht nur, dass, äh, dass er dann hier, ähm, in die Isolationszelle gesperrt wird. Ähm, also, ne, das, das ist ja schon der Moment, wo, wo das, wo der Neandertaler irgendwie ja sagt, ja, gib ihm auch die Fresse, der hat ja auf die Maus getreten und das hat natürlich für mich dreimal mehr funktioniert, weil wer, also, äh, 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 wer ähnlich tierversessen ist wie ich, äh, kennt das Phänomen wahrscheinlich, dass jemand, wenn der jetzt auf die Maus tritt, dass man ihm halt einen viel schlimmeren Tod wünscht, als wenn er jetzt einen Menschen umbringen würde in dem Film, also, wo vielleicht absurd das manchmal ist, aber, äh, ist so, ähm, das heißt, allein dafür, dass er versucht, also, dass er die Maus zertreten hat, ähm, hatte ich sehr viel Spaß damit, wie er in die Isolationszelle gesperrt wird. Ähm, und das spricht halt so diesen, äh, diesen Urge irgendwie an und da kann ich das dann auch, da konnte ich das dann mehr so als Film sehen und, aber, ähm, aber tatsächlich, interessanterweise, dann, wo dann Michael Clark Duncan ihn quasi dazu bringt, Sam Rockwell umzubringen und ihm mehr oder weniger halt den, den, den Tumor abgibt oder halt ihn zu einem, zu einer menschlichen Tomate macht, was weiß ich, was er mit ihm am Ende gemacht hat, ähm, da hab ich mir dann gedacht, äh, das ist tricky, weil halt auch einfach, ne, damit der, weil der, weil der Film ja die ganze Zeit sagt, Michael Clark Duncans Charakter ist so das, das absolute Gute und in dem Moment, wo das absolute Gute quasi diesen Typ dazu bringt, einen anderen Typ umzubringen und ihn, ähm, mental kastriert sozusagen, ähm, da stellt sich der Film natürlich schon sehr klar auf die, auf diese Ebene, okay, das ist das absolut Richtige zu tun. Wenn der einzig moralisch absolut gute Charakter im Film das tut, ist es schwer zu sagen, dass der Film nicht sagt, dass das das Richtige ist, ne, und, ähm, da hab ich mir dann schon auch so gedacht, äh, okay, also, ich, ich, ich versteh den, den Drang dahin zu gehen und das sehen zu wollen, aber vielleicht lässt man's nicht Michael Clark Duncans Charakter machen, weil, ähm, dadurch natürlich so dieses, er, er als Jesusfigur natürlich so ein bisschen in Zwangs, in Zwangs gerät. Er hat gesagt, es ist gut, die Kinderschänder zu töten. Ja, genau. Ja, ähm, ja, also da war ich weitaus viel mehr, viel mehr okay damit, wie sie den in die Isolationszelle hauen und, und quälen damit, aber so, naja, das war, okay, das sind Menschen, die sich für was rächen, was der getan hat, aber, ja, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ähm, total, ja. Und der allgemeine Umgang mit, mit Gefangenen, ich mein, äh, äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich für heute gefällt, dass es furchtbar ist, ähm, wie die Zustände sind und die Todstrafe allgemein und bla, aber, ne, da hatte ich mehr so dieses, naja, okay, das ist halt aus der Zeit und das ist schlimm und so weiter, ähm, und deswegen finde ich, fand ich es dann eben manchmal interessant, dass ich das Gefühl hatte, der Film hat schon fast so einen romantisierten Blick auf dieses Ganze, auf diese ganze Situation. Aber ich glaube, das ist auch Stephen King irgendwie, ich weiß nicht, also seine, also Shawshank hat das ja auch. Ja. Ne? Ja. Ich habe jetzt in beiden Fällen die Bücher nicht gelesen, also kann auch sein, dass es dann was, was Frank Darabont mit reingebracht hat, aber, ja, weil allein schon dieses, äh, diese, diese, diese Arbeiterkolonnen da zu sehen, ne, die, 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 die ganzen Leute in, in Ketten, die dann irgendwo am Straßenrand, äh, äh, arbeiten, während ein Polizist, äh, Polizist, so Ross mit Gewehr daneben steht. Das ist ja auch schon so ein Bild, was halt einfach. Oh ja. Da habe ich, bei diesem Bild, denke ich, ich, das Bild kennt man ja quasi, das ist allgegenwärtig in diesen Filmen. Ja. Aber das, das erinnert mich witzigerweise immer an den Film Holes. Ja, den habe ich gesehen, ja. Ja, irgendwie. Den haben, glaube ich, sogar Colin und ich mal in der Challenge besprochen. Ah, tatsächlich. Ja, wir, wir hatten den in Englisch angeguckt damals. Ah, okay. Ja, cool. Ja. Ja. Ja, also das ist ja auch schon so ein, so ein stark beladenes Bild halt. Ja, ja, total. Vor allem, wenn halt auch, was ja hier auch der Fall ist, der ein großer Teil dieser, äh, dieser Gefängnisbevölkerung, die dann da am Straßenrand arbeitet, schwarz ist und der Polizist natürlich weiß. Ja. Und das ist halt so ein Thema. Damit beschäftigt sich der Film jetzt nie so wirklich. Hidden, Hidden Rocks with the Chain Gang. Ja, genau. Ja, ja, es sind Ansätze von Dingen drin, über die der Film reden will und er redet nicht richtig über sie oder er redet in einer Botschaft über sie, die ich für falsch halte. Ja, ja. Tatsächlich fällt es mir, je länger wir drüber reden, fällt es mir immer schwerer, mein gutes Rating für diesen Film zu rechtfertigen. Und normalerweise würde ich es jetzt anpassen, aber auf der anderen Seite finde ich, ich hatte irgendwie trotzdem ein gutes Erlebnis, damit diesen Film anzugucken. Ja. Vielleicht lag es ein Stück weit auch daran, dass ich gestern, ähm, hin und wieder parallel ein bisschen an meiner Pathfinder-Runde rumgetüftelt hab und, äh, quasi Charaktere angelegt hab, die halt, die halt irgendwie tatsächlich Chaotic Evil waren und drüber nachgedacht hab, so, ah, und dann hab ich Sam Rockwells Charakter gesehen und, äh, irgendwie, es war eine coole, es war ein cooler Filmabend gestern. Also, es ist ja auch, ich, und deswegen find ich's gut, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen, weil, ähm, der Film hat diese ganzen Elemente, wo der Film vielleicht ein bisschen, ähm, und, unbewusst, unverantwortungsvoll damit umgeht, ne, mit bestimmten Themen. Ja. Aber, das ändert für mich ja noch nichts daran, dass der Film an sich sonst für mich sehr gut funktioniert und mich in vielen Stellen sehr emotional berührt. Mhm. Also, ähm, die gesamte Geschichte mit Mr. Jingles und dem Typ, äh, der ihm irgendwie hier, äh, das, die Rolle da wieder zu holen beibringt und wie der dann hingerichtet wird und so. Dieser ganze Part an sich, das ist ja fast schon ein Film in sich, ne? Eduard Delacroix. Ja, genau. Eddie, oder wie sie ihn nennen. Ja. Keine Ahnung, whatever. Ähm, ich hab den Film vor einer Stunde fertig geschaut. Ähm, wow. Dieser ganze Teil, ne, das ist schon, das bewegt mich emotional extrem, die ganze Hinrichtungsszene, die lässt mich schweißgebadet zurück. Das, ähm, das ist, das ist wahnsinnig gut und wahnsinnig mächtig und, 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 und emotional. Also, da komm ich auch nicht ohne, ohne eine Träne zu verdrücken raus. Also, und, und natürlich das ganze Ende des Films ist wahnsinnig schmalzig, aber auch das ist emotional erfolgreich. Ja. Also, wo du dann erfährst, was mit Tom Hanks' Charakter passiert ist und wo Mr. Jingles seinen, seinen letzten Auftritt hat und da, ach, ne, da krieg ich bessere Augen, wenn ich drüber nachdenke. Und das sind, das sind ja Elemente, die funktionieren, ja, obwohl der Film vielleicht unverantwortlich ist in vielen anderen Aspekten, das funktioniert und das macht ihn, finde ich, trotzdem zu einem guten Film. Ähm, Michael Jeter, der Eduard Delacroix gespielt hat, ähm, äh, ist 2003 tatsächlich schon gestorben mit nur 50 Jahren. Oh, schön. Und, ähm, er hat, äh, in einem anderen Tom Hanks' Film mitgespielt, den du vielleicht nicht erwarten würdest. Er hat den, den Schaffner im Polarexpress gespielt. Ja, ha, 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 ha. Okay. Äh, ich dachte irgendwie im Polarexpress hätte irgendwie Tom Hanks alle Rollen gespielt oder einen Großteil der Rollen. Ich hätte auch gedacht, dass Tom Hanks gerade diese Rolle, äh, ne, warte mal, hä, aber er wurde, er wurde, oder vielleicht hat er eine andere Rolle gespielt. Ah, fuck, 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 fuck. Er wurde, ja, es wurde, es wurde das Bild von, von dem Schaffner angezeigt, äh, bei, bei einem Charakter, den er gespielt hat, aber er hat einen anderen, sorry. Tut mir leid für die Fehlinformation, das, äh, werde ich aber drin lassen, weil ich finde es immer witzig, wenn ich vollkommen wirre, falsche Sachen sage. Ja, er hat irgendwie mit dem Polarexpress was zu tun, was auch immer. Ähm, aber tatsächlich reale Trivia, die, ähm, die, 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 die stimmt. Ähm, Bruce Willis von allen Menschen hat, ähm, Michael Clarke Duncan vorgeschlagen für John Coffey. Ha, in welchem Bruce Willis Film spielt Michael Clarke Duncan mit? Ähm, ach, fuck, jetzt muss ich die Trivia nochmal rausnehmen. Moment, ich, ich find's raus. Ähm, äh, in der Zwischenzeit können wir drüber reden. Ach so, ja, Armageddon und Sin City ist er ja auch. Ah ja, ja. Aber er war direkt davor in Armageddon, also. Ja, genau. Daher muss es, muss es kommen. Ja, es war Armageddon, ganz richtig. Ähm, ist dir gleich am Anfang auch aufgefallen, yo, das ist die Musik aus einer Flug über das Kuckucksmest? Was? Wo im, die aller, allererste Szene, wo, wo, ähm, äh, quasi der, der ältere Tom Hanks aufsteht, ähm, und ins Pflegeheim läuft und irgendwie sich was zu essen holt, also in diese, in diese, äh, Halle, in diese Aufenthalts, in diesen Aufenthaltsraum reinläuft. Da läuft Musik im Hintergrund und das ist die Musik, die immer in, äh, ähm, One Flew Over the Cuckoo's Nest läuft, wenn sie die Medikamente nehmen. Ha. Das ist mir sofort, ich weiß nicht, warum ich, ich bin da schon, ich bin fast schon autistisch, wenn es darum geht, diese, diese Musik zu, also solche, so diese Musik zu erkennen, die sich irgendwie, das hat sich voll eingebrannt, die Musik in, äh, Cuckoo's Nest und hier war es sofort, ah ja, das ist die Musik. Okay. Keine Frage. Ja. Ähm, ist das, also, war das eine bewusste, also, weißt du, ob das eine bewusste Entscheidung war, also quasi? Ne, das, als Trivia steht es so, ja, das ist übrigens die Musik, aber es war keine bewusste Entscheidung wohl. Ach so, okay. Also, es steht jetzt nix, es hat wohl niemand irgendwie was dazu gesagt bisher. Also, da steht nix, nix, was das vertiefen würde. Zumindest hab ich jetzt nix dazu gefunden, was es vertiefen würde. Ja. Kann Zufall sein, kann eine kleine, ein kleines, ein kleiner Nord sein. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Hm. Ich, ich würde es als Nord einordnen, weil es ja schon auch ein ähnliches Feeling hat. Ja, ja, total, deswegen, deswegen wäre, äh, hätte es mich interessiert, weil, ja, es ist, vom, vom Ton her sind schon sehr ähnliche Filme. Mhm. Sehr ähnliche Filme. Ja. Also, ja, doch schon. Ja. Aber, ich würde sagen, die Message ist, gefällt mir in Kukusnest ein bisschen besser. Zum jeden Fall klarer formuliert. Ja, ja. Oder es ist überhaupt formuliert, sagen wir es mal. Ja, genau. Überhaupt erst mal, und, ja. 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 Ja, das, ja. Ich weiß nicht. Ich, ich scheue mich gerade ein bisschen zur Liste zu gehen. Ähm, ich will, ich will gerade irgendwie mehr Dinge ausgraben. Und das Schöne ist, dass dieser Film so ergiebig ist, um Dinge auszugraben. Ähm. Grabe noch Dinge aus. Ich muss noch den Film in meine Liste eintragen, fällt mir gerade auf. Ich habe den tatsächlich auch noch nicht in meine Liste eingetragen, aber ich kann nebenher reden. Ähm, ich habe ein bisschen gegraben, während du länger geredet, geredet hattest, ähm, so, äh, wie ich das manchmal so tue, äh, rumgeklickt. Und ich bin auf der Seite von Doug Hutchison, äh, gelandet, der Percy gespielt hat, also der, der, ähm, ja, einer der beiden Willens, sozusagen. Ähm, und er hat tatsächlich viel in TV-Serien, äh, gespielt, gar nicht mal so viel in Filmen. Ähm, man kennt ihn eigentlich nur aus diesem Film hier, so, was Filme angeht. Ach, echt? Also ich kenne ihn nur aus diesem Film. Äh, und, äh, in Batman und Robin war er auch, witzigerweise. Ähm, aber er spielt also aktuell nicht mehr so wahnsinnig viel in Filmen mit. Und, äh, wie das dann so ist, wenn ich denke, okay, was ist mit dem passiert? Dann, äh, scrolle ich runter und gucke, was ist mit dem passiert. Ähm, er hat, äh, 2011 eine 16-Jährige in Las Vegas geheiratet, mit der, mit dem Einverständnis seiner Eltern, ihrer Eltern. Okay. Und die haben sich vor nicht mal 14 Tagen scheiden lassen. Ah, nee, halt, äh, es ist 21 Tage, Entschuldigung, drei Wochen. Dopp, dopp, ich mein, ja. Äh, äh, okay. Ja, ich, macht mit dem Fakt, was ihr wollt. Es ist irgendwie, äh, es war für mich so interessant, das wollte ich jetzt einfach noch, äh, noch mal kurz, äh, erwähnen. Mhm. Ja. Und die Frau hat dann, äh, also tatsächlich auch eine Reality-TV-Serie, äh, gemacht über sich und ihn. Also einfach, wie sie halt leben. What? So eine, äh, äh, Kardashian-like. Also sie hat, also keine Ahnung, ich hab jetzt nicht weiter gegraben, äh, ich weiß, wie sie heißt. Äh, ähm, sie heißt Kurt, Kurt, Kourtney Stodden. Ähm, und, äh, ja, genau. Also die Serie hieß, Kourtney FNL. Okay. Nee, Kourtney, einfach nur Kourtney und, nee, Kourtney und sie lief auf dem FNL Network. Okay. So eine Network-Serie. Ja. Das ist schon so absurd. Okay. Ziemlich absurd. Es, es, es ist creepy on so many levels irgendwie. Und ich mein, er war 51, als er die geheiratet hat, als sie 16 war. F, F. Ähm. Ja. Äh, ich, ja. Irgendwie scheint er für den Charakter prädestiert gewesen zu sein, ne? Bisschen creepy guy. Äh, ich mein, äh, es, es ist komisch. Cool. Ja. Was man halt so alles ausgräbt, wenn man, wenn man, äh, wenn man ein bisschen, ein bisschen gräbt. Äh, ich hab grad gesehen, dass er in Punisher Warzone war. Den hab ich noch gesehen mit ihm. Den hab ich nie gesehen. Äh, ist er trash gut oder gar nicht, äh, gar nicht gut? Er ist okay, aber halt, hat einen ziemlich hohen Unterhaltungswert, weil er halt schon sehr gory over the top ist. Ah ja. Das klingt auch cool. Ne? So. Also, storymäßig nicht, nicht, nicht so der Hammer, aber, aber er hat einen Entertainment-Wert. Ich hab ihn, äh, ja, ich hab ihn platziert. Ich auch. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ähm, darfst gern anfangen. Okay. Es war jetzt nicht, keine bewusste Entscheidung, aber ich hab ihn, also keine, ne, also, ja, der Film davor und danach haben jetzt nicht meine Entscheidung beeinflusst, aber er ist, auf Platz 25 gelandet, direkt hinter Shawshank Redemption. Nice. Äh, und vor Avengers Endgame. Ah ja, okay, ähm, witzig, bei mir ist er auch kurz vor Avengers Endgame, aber zwischendrin ist noch It's a Wonderful Life und er ist unter Dark Knight auf Platz 22 aktuell. Naja. Ja, ein bisschen, ein bisschen höher eingestuft, irgendwie, ja. Ja, gestern war ein cooler Filmabend einfach. Ne, ist schön. Ja, vielleicht hab ich einfach so viel Scheiße in letzter Zeit gesehen, äh, dass ich dachte, jetzt muss ich auch einfach mal wieder ein gutes Erlebnis mit einem Film haben. Ja. Oh, ich hab grad gesehen, was die nächsten Filme, oder was auf jeden Fall der nächste Film ist. Yes. Äh, das wird spannend. Äh, ich glaub, mit dem hab ich noch nie über den Film wirklich direkt gesprochen. Ja. Ich weiß noch, dass ich ihn, ich hab ihn, glaub ich, mit Sheldon damals angeguckt, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß noch, dass ich mit irgendjemand aus unserem Freundeskreis da sehr, ähm, äh, begeistert drüber, drüber, drüber geredet hatte, äh, über, über, ähm, achso, ja, vielleicht sollte ich sagen, was der nächste Film ist. Interstellar. Der, äh, der nächste Film ist ein, ähm, mal wieder ein Drei-Stunden-Film. Ha. Das ist irgendwie, ja, ja, es lässt nicht nach. Es lässt nicht nach, nee, also es kommt, die Zeit der langen Filme scheint wieder angebrochen zu sein, wobei Leon, der Profi, ist dann danach dran, der ist ja nicht so lang, ne, gerade mal zwei Stunden, aber dann geht's weiter mit, äh, any usual suspects, aber Harakiri war ewig, Harakiri war, ah, ja, okay, alle immer so zwei Stunden halt, ja. Okay. Geht, geht. Ja. Ah, ich freu mich auf die nächsten Filme wieder. Ich, ja, wir müssen häufiger aufnehmen, irgendwie, äh, es liegt an mir, es liegt 100% an mir, sonst an niemanden, ähm, ich sollte einfach häufiger Aufnahmen-Sketche hören. Ich mein, wir haben ja jetzt alle plötzlich sehr viel Zeit, also. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir müssen eine Parasite-Episode auch in naher Zukunft noch machen, weil der sich ja auch irgendwo jetzt eingependelt hat. Ja, der ist jetzt auf Platz 25, äh, wir werden demnächst drüber reden, äh, aber wir haben irgendwie in letzter Zeit so viel, ähm, also, es fühlt sich noch so neu an, als wir so viel über Parasite geredet hatten, äh, deshalb warte ich noch ein bisschen, dass es sich setzen kann. Vielleicht ist auch noch was vom Hype da, ähm, vielleicht sag ich dann noch ein paar irgendwie kritische Sachen über den Film, aber bisher fällt mir nix Kritisches ein, tatsächlich. Äh, es gibt bestimmt kritische Sachen, die man drüber sagen kann, aber, äh, da scheine ich dann nicht derjenige zu sein, der das so objektiv bewerten kann, weil ich den Film einfach immer noch abfeiere als einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich da so sehr viel anders sein werde. Wir finden vielleicht noch jemanden, der noch nicht drüber geredet hat im Podcast. Äh, Colin? Zum Beispiel. Und, ähm, weiß nicht, wer sonst noch. Lee hat, hat ihn auch noch nicht, noch nicht mal gesehen, glaube ich. Ah, ja, cool, ja, dann, dann, äh, guck mal ja vielleicht sogar irgendwas, ja, guck mal mal, guck mal, okay, cool. Ja, uns fällt was ein, uns fällt was ein. Ja, wir kriegen das hin, äh, ich freue mich drauf und, äh, wir hören uns hoffentlich jetzt regelmäßiger mit dieser Serie wieder, wenn ich es mal schaffe, aus meinem Trott hier irgendwie rauszukommen und häufiger aufzunehmen. Ich, äh, drück dir die Daumen. Ja, äh, danke. Okay, dann, äh, vielen Dank fürs Dabeisein, Joe. Klaro, wie immer. Immer, immer gerne. Und, äh, dann, äh, bleib doch so, äh, moralisch ambigüös wie, äh, dieser Film. Ciao. 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 Ciao.